Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 22. Februar. Klettern statt kleben für das Klima, Mainzer Rosenmontags-Motivwagen werden bereits zerlegt und Spendenlager für Erdbebenopfer eröffnet. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Am Rosenmontag waren sie noch von zigtausenden entlang der Mainzer Zugstrecke bestaunt worden, doch jetzt sind die zehn Motivwagen bereits wieder Geschichte. Zumindest größtenteils. Noch am Fastnachtsdienstag begann in der Wagenhalle im Mainzer Stadtteil Mombach der Abbau der Figuren. Nicht alles, was der Stichsäge zum Opfer fällt, landet aber auch im Müll. Köpfe, Arme und andere wiederverwertbare Körperteile werden aufgehoben und haben so die Chance auf eine Wiederkehr. Die Mainzer Polizei hat ein positives Fazit zum Verlauf des Rosenmontags in der Mainzer Innenstadt gezogen. Die Bilanz sei eine überraschende, aber sehr zufriedenstellende, so das Polizeipräsidium Mainz. Im Verlauf des Tages habe sich bereits abgezeichnet, dass es angesichts einer rekordverdächtigen Besucherzahl von weit über einer halben Million Menschen, laut Schätzungen rund 600.000 Personen, vergleichsweise wenige Einsatzanlässe gegeben habe. Wurde bis 14 Uhr nur eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen, sei die Anzahl der Straftaten mit steigendem Alkoholisierungsgrad erwartungsgemäß angestiegen. Allerdings habe es auch nachts deutlich weniger Zwischenfälle gegeben als noch 2020, dem letzten Rosenmontagszug vor der Corona-Pandemie, so die Polizei. Eine Zahl gäbe jedoch zu denken, demnach seien 2020 noch 38 stark alkoholisierte Kinder und Jugendliche bei gemeinsamen Kontrollen mit dem städtischen Jugendamt aufgefallen. Diesmal waren es bereits 82 Kinder. Man werde diese Entwicklung analysieren und in künftige Planungen einfließen lassen, kündigen die Behörden an. Klettern statt kleben Das Kolibri-Kollektiv Mainz-Wiesbaden kündigt eine Abseilaktion auf der A 643 bei Mainz an. Am 5. März, einem Sonntag, wollen sich die Umweltaktivisten im Lennebergwald von der Autobahnbrücke über der A 643 abseilen, um gegen die Pläne eines beschleunigten Ausbaus dieser und vieler weiterer Autobahnen zu protestieren. Autofahrer können sich darauf einstellen, dass an diesem Tag mit zeitweisen Sperrungen auf der A 643 zu rechnen ist, teilt die Mainzer Polizei mit. Die Aktion sei angemeldet, die Stadt Mainz und die Autobahnpolizei sind informiert. Üblicherweise werde eine Autobahn bei solchen Aktionen vollgesperrt. Zeitgleich, ab 13 Uhr, soll eine Kundgebung auf der gesperrten Fahrbahn stattfinden. Ebenfalls an diesem Sonntag findet auch die Stichwahl zum Oberbürgermeister in Mainz statt. Mainz wäre von einem beschleunigten Autobahnausbau mehrfach betroffen, sowohl die A 60 als auch die A 643, welche quer durch das Naturschutzgebiet Mainzer Sand verläuft, sollen laut Bundesverkehrswegeplan um jeweils zwei zusätzliche Fahrspuren erweitert werden. Zahlreiche Umweltgruppen und Initiativen kämpfen gegen diese Pläne. Ein Spendensammellager für die Erdbebenopfer in der Türkei wird nun in Mainz-Gonsenheim eröffnet. Das ehemalige Gebäude der Mainzer Fachhochschule soll zur zentralen Sammelstelle für die Opfer der Erdbebenkatastrophe werden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Mainzer Bürgermeister Günter Beck übergaben am Dienstag den Schlüssel für die zuletzt als Corona-Impfzentrum genutzten Räumlichkeiten an den türkischen Generalkonsul Sedat Turan. Die mietfreie Nutzung wurde nach Angaben der Rheinland-Pfälzischen Staatskanzlei zunächst für die Dauer von drei Monaten vereinbart. Das türkische Generalkonsulat in Mainz sowie türkische Vereine hatten die deutschen Behörden zuvor um Lagerräume gebeten, in denen Spenden aus ganz Rheinland-Pfalz für den Transport in die Unglücksregion gesammelt werden sollen. Bereits von Mittwoch an soll die Anlaufstelle ihre Arbeit aufnehmen. An Wochentagen könnten Hilfsgüter von 17 bis 19 Uhr abgegeben werden, samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr. Man wies darauf hin, dass insbesondere Heizgeräte, Decken, Zelte und Matratzen benötigt würden. Nur Neuware werde angenommen. Trotz Krankheit ein selbstbestimmtes Leben, Helga Müller, 70, hat als Sprachrohr für Menschen mit Multiple Sklerose ihre Aufgabe gefunden. Die Münster Samsheimerin leitet seit fast 30 Jahren die Selbsthilfegruppe Bingen-Ingelheim, gibt trotz eigener Einschränkung Qigong-Kurse und engagiert sich in der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, die MSG. Ihre Online-Selbsthilfegruppe Rheinland-Pfalz hat den ersten Platz bei einem Wettbewerb zum Welt-MS-Tag errungen. Mit Fotos, Collagen und Installationen zeigten Gruppenmitglieder, wie sie sich selbst auf vollem Leben empfinden. Der Frankfurter Eintracht droht das aus in der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner verlor am Dienstagabend in der Deutsche Bank Arena das Achtelfinal-Hinspiel gegen den stark aufspielenden Neapel mit 0 zu 2. Für die Italiener trafen Victor Osimian in der ersten und Giovanni Di Lorenzo in der zweiten Halbzeit. Mehr als eine halbe Stunde mussten die Frankfurter in Unterzahl spielen, nachdem Randal Kolumwani vom Platz gestellt worden war. Auf den Stürmer werden die Frankfurter daher im Rückspiel am 15. März verzichten müssen. Dann brauchen die Hessen schon einen Gala-Auftritt, um den Einzug ins Viertelfinale doch noch zu schaffen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeineminuszeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.